Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Captain Morgan, Morgan and the Golden Turtle. Wir sind hier, glaube ich, auf diesem Friedhof gelandet und schauen uns jetzt mal hier ein bisschen um. Hier haben wir einen Zaun aus Schmiedeeisen. Können wir uns mal angucken. Dieser Zaun ist nur Dekoration, aber ein paar Stücke des Schmiedeeisens sind locker. Wow, dann nehmen Sie mit. Ach, ich kann diese lockeren Stücke mit bloßen Händen nicht entfernen. Nicht entfernen? Hör auf mit deinen Gesten, die stören. Okay, haben wir denn irgendwas vielleicht mit dem rostigen Schwert? Nein, okay, dann schauen wir uns erstmal um. Bückeburg Tenner. Na? Er hat es selber nach seinem Tod errichtet? Ach so. Ja, dann hat er sich wirklich sehr geliebt, wenn er nochmal aus dem Grabe hervorsteigt und sich selber diese Statue errichtet. Ja, ja. Können wir die mitnehmen? Ich bin versucht, ihm eine Blume hinter das Ohr zu stecken. Das wäre voll witzig. Ich sollte den Tod respektieren. Respektieren? Ja, solltest du. Das Teleskop der Statue hat eine Linse am Ende. Hm, das ist seltsam. Weil Teleskope normalerweise gar keine Linse haben. Verrückt. Na? Ich komme nicht dran. Ich muss mich irgendwo draufstellen. Stell dich hier auf Ratso. Hey Ratso. Ratso? Ich muss sagen, I-Captain nicht. Ach, das war's schon. Wir können also nicht mit ihm reden. Eine Platte. Ah, auf dieser Platte steht ein wenig über Tanners Leben. Diese Statue wurde in Erinnerung an den Forscher und Abenteurer Buckleberry Tanner errichtet. Zu seinen vielen Errungenschaften zählte die Entdeckung von Hollow Island. Viele Gerüchte kreisten um die Existenz einer Schatzkarte, die er gezeichnet hat. Aha. Wenn wir die mitnehmen. Das ist wirklich wichtig. Wir müssen etwas finden, das uns einen Hinweis auf diese Schatzkarte gibt. Gibt? Brisco's Karte, keine Schatzkarte? Brisco's Karte. Ich glaube, sie ist nur ein Teil des Puzzles. Puzzles. Aha. Gut. Was haben wir denn hier noch? Irgendwie irgendwas Interessantes? Nicht so, ne? Dann gehen wir... Was haben wir hier? Ein gruseliger Wald. Uah. Können wir nicht mal hingehen. Der ist so gruselig. Da hat die gute Morgan schon so einen Schiss vor. Ein flaches Grab. Wanted John, wanted... Die Glühwürmchen scheinen um dieses flache Grab herumzufliegen. Ja, das scheinen sie. Glühwürmchen. Na? Glühwürmchen sind hübsch, aber auch ein wenig gespenstisch. Ja, aber nur ein wenig. Will die mitnehmen? Ich kann sie mit der Hand nicht fangen. Dann nimm den Fuß. Hier ist John, Dracula und Frank sind gesucht. Also Alucard, Dracula, ne? Gehst du hin? Gute Frau. Gesucht. John Black Lagoon, Frank Einstein, Dracula. Ich habe noch nie von denen gehört. Dracula. Das müssen Halunken von hier sein. Wie witzig. Und das guckst du dir von da hinten aus an, ja? Ist ja interessant. So haben wir hier noch irgendwas übersehen. Oh, ein Kartenzylinder. Ja, warte. Das Ende des Zylinders sieht aus, als würde es herausfallen. Schraub es mal auf, gute Frau. Dieser Teil der Statue ist hohl. Ich frage mich, ob etwas darin liegt. Ich brauche ein Greifwerkzeug, um es zu öffnen. Nimm deine Hände. Das ist ein sehr gutes Greifwerkzeug. So eine Hand. Ein Greifwerkzeug. So etwas haben wir nicht. Können wir nicht hier Razzo damit benutzen? Razzo, können Sie mir bitte helfen? Ich möchte etwas an diesem Teleskop überprüfen. Ist das ein Befehl? Wenn Sie wollen, kann ich einen daraus machen. Razzo ist auch so ein Spacko. Ich kann etwas darin sehen, aber nicht erkennen, was es ist. Es ist zu dunkel. Aha. Ich hoffe, ich muss das nicht so oft machen. Nicht so oft machen. Auch kriegst du rückgeln, guter Mann. Na, die ist auch ein bisschen fett, die Morgan. Das stimmt natürlich. Da hätte man ein bisschen realistischer sein können, die ein bisschen schlanker machen können. Hä? Detaillierte Karte. Fast leere Flasche. Können wir denn da nicht irgendwie so das da reinkippen? Nee. Hallo? Gehst du rüber? Gehst du mal rüber, bitte? Gruseliger Wald. Wäre jetzt ich, oder was? Auf einem ehemaligen Indianerfriedhof angelegt wurde. Wurde. Nur ein Verrückter würde sich alleine an einen solchen Ort begeben. Oder jemand mit einem Körperbau wie Diego. Wollen wir hier das Grab irgendwie öffnen vielleicht? Hier ist nichts. Doch, da ist ein Grab. Blumen. Das ist der einzige Ort, an dem ich solche Blumen gesehen habe. Habe? Sie sind so wunderschön. Reiß sie ab. Töte sie. So, das heißt, mehr können wir hier gar nicht tun, oder was? Sie strömen einen sehr berauschenden Duft aus. Ach, wir haben Streichhölzer. Moment. Daniele Ratzow. Wir brauchen dich nochmal. Wir haben ja Streichhölzer. Ja, 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 ja. Komm, mach hinne. Ja, ja, ein bisschen schwanken für die Action. Ja, ja, es ist zu dunkel. Hier, Streichhölzer. Streichhölzer, hallo. Hallo. Sag mal, willst du mich verarschen, oder was? Mach doch mal Licht mit dem Streichholz. Dumme Fritte. Ich hoffe, ich muss... Ja, ja, ja. Komm, mach, mach doch. Muss das denn bei jedem Mal, dass er sich da ausschüttelt? Muss das denn sein? Ja, vielleicht nicht jeden Tag. Aber vielleicht an einem Tag sieben Mal. Muss ich dir eigentlich angucken? Können wir Ratzow erschießen? Nee. Wir brauchen ein Greifwerkzeug. Können wir vielleicht mit diesem dünnen, aber soliden Metallstab? Nein. Mit dem Schwert? Auch nicht. Was sagen denn unsere Aufgaben? Ich suche ja einen Crewmitglied, suche ich immer noch. Ich muss einen Weg finden, Papa zu helfen und seine innere Mama fertig zu werden. Bobby. Goldener Ohrring. Onkel Eduardo. Bla bla. Zwergwüchsigen. Ich muss die Schatzkarte finden. Ich sollte versuchen, meine Schulden bei meinem Vater zu beklären. Was? Was sind für Schulden? Dann gehen wir wieder weg hier. Können wir noch woanders hin? Friedhof, Docks. Nee, wir können nur zum Friedhof und zu den Docks. Schade. Ich dachte, wir könnten noch woanders hin. Weiß Sonja Bond vielleicht noch irgendwas? Das Bond-Girl hier in dem Spiel? In dem Spiel? Hallo. Hallo, Sonja. Ja? Ja? Hä? Ja. Ja, wir waren vor vielen Jahren mal befreundet. Hä? Gut. Einige Leute möchten von mir profitieren, wissen Sie? Möchten von mir profitieren. Die möchten von mir profitieren. Friedhof. Wissen Sie, wo ich den Friedhof der Ehemaligen finde? Da waren wir doch gerade. Nein. Friedhöfe sind mir nicht geheuer. Denken Sie nicht auch, Sie könnten einen besseren Platz finden, um Todes zu beerdigen? Hä? Was laberst du? So, können wir hier drinnen vielleicht noch mit irgendjemandem quatschen? Hat Anita irgendwas Neues? Anita. Anita? Ja, Morgan? Nö. Der Fremde vielleicht. Vielleicht weißt du noch was über Bückeburg-Tenner. Entschuldigung? Ja? Nein. Schade. Auch nicht. Falltür. Mach die doch einfach mal auf. Wenn ich den Ort nicht unbemerkt verlassen will. Okay, ja, 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 ja. Du benutzt über die Haupteingangstür. Ja, 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 ja. Können wir das hier vielleicht mitnehmen? Ah, wir können die Lampe vielleicht mitnehmen und dann mal in das Teleskop reinläufen. Zu heiß, um sie sofort anzufassen? Um sie sofort anzufassen? Hä? Wo willst du hin? Wohin wollen sie gehen? Einmal siehst du mich, dann duzt du mich. Wir schauen uns noch mal an Bord um. Ob Papa uns noch was sagen kann? Irgendwas Interessantes? Oder Diego? Nee, Diego ist gar nicht mehr da. Ey, Papa. Der Schweizer Emo-Kapitän. Ja, Morgan. Tschö, Papa. Gehen wir mal in die Kajüte hinein. Vielleicht haben wir da noch irgendwas. Vergessen, übersehen. Stinkende Schuhe, Buchs, Bett und Plüschtier. Brauchen wir gar nichts von. Ach, vielleicht können wir ja das in die stinkenden Schuhe tun. Dann stinken die vielleicht nicht mehr. Nee. Nee. Sieht die gar nicht ein, die Morgan. Warte, hier können wir... Wo willst du hin? Ich will beenden. Können wir da eigentlich auch reingehen? Zu Thomas Brisco? Ich habe keinen Grund, Brisco's Kajüte zu betreten. Das könnte zu peinlichen Auslegungen führen. Was für peinliche Auslegungen? Wo willst du hin? Wo will ich hin? Ich will natürlich, äh, auf die Insel. Die Lampe ist zu heiß, um sie mitzunehmen. Beweg dich, alte Fritte. Warte, 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 warte. Ja, jetzt muss ich natürlich laden. Können wir das eigentlich nicht mitnehmen? Da haben wir doch so ein Greifwerkzeug dran. Na? Ich kann es nicht erreichen. Es liegt zu hoch. Ratso. Ja, ist gut mit deinen Gesten. Huh. Ne. Schade. Ich dachte, ich konnte auch mit Ratso hochklettern. Aber Ratso steht ja eh hier am Friedhof rum. Ganz alleine. Warum auch immer. Hä? Äh. Was mache ich denn jetzt? Können wir hier irgendwie mit dem Schwert buddeln? Nein. Kann Ratso, können wir mit Ratso in den Wald gehen? Nein. Kann Ratso das ausbuddeln? Nein. Eine Birne. Wollen wir die Karte anzünden? Nee. Was sollen wir denn hier tun? Was sollen wir denn tun? Können wir die Blumen mit den Glühwürmchen benutzen? Nein. In alter Monkey Island Manier müsste man jetzt irgendwie so ein, äh, so ein Gefäß mit Honigwasser füllen und dann kommen die Glühwürmchen. Äh, die Glühwürmchen. Tja, können wir Ratso bezahlen? Nee. Der will kein Geld. Und Haarnadel. Macht also einfach auf. Du brauchst ja nicht gegenklopfen, um zu wissen, dass du wohl ist wie dein Kopf. Ich brauche ein Greifwerkzeug, um es zu... Ein Greifwerkzeug. Nimm doch deine verfickten Hände, Alter. Mann, 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 Mann. Kann, äh, Rizzo das öffnen? Nee. Kann Rizzo denn hier was rausziehen? Nee. Natürlich nicht. Warum auch? Können wir den irgendwie Blumen schenken? Äh, ja, ich bin da ein bisschen ratlos, wie schon vor einigen Folgen bereits. Wir segeln jetzt einfach mal zurück auf die andere Insel. Vielleicht kann es sagen, was Neues. Ich finde wieder ein Greifwerkzeug oder irgendwas. Hallo? Weitergehen. Hey, gehst du? Ich klicke. Gehst du bitte weiter? Mann, 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 Mann. Wo willst du hin? Ja, ich will weg. Lass uns lossegeln. Ja, ja. Ah, da... Ich will da hin. Naja. Gehen wir halt da hin. Warum hüpft das Schiff? Ja, aber was genau ich jetzt hier machen soll, weiß ich auch noch nicht. Können wir dem vielleicht Dublon geben anstatt einen goldenen Ohrring? Kann er sich ja einen goldenen Ohrring draus schmieden lassen. Können wir die Birne hier zu dem Apfel tun? Nee. Eine Ratte! Will der hier vielleicht Geld? Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber hier können wir doch auch nichts mehr tun. Können wir doch nochmal reingehen? Ah, wir können nochmal reingehen. Okay. Haben wir nur die Actionfigur, offene Truhe, Karte, Karte, Kommode, Karte. Hilft uns alles unglaublich weiter, nämlich gar nicht. Ich komme ein anderes Mal zurück, um dieses Chaos aufzuräumen. Chaos. Bücher. Was haben wir denn da für Bücher liegen? Ich habe keine Zeit zum Lesen. Nee, nee, nee. Du kannst wahrscheinlich gar nicht lesen. Das ist das Problem. Dumme Fritte. Ich kann mir mit der Haarnadel... Wo war denn unser Haus? War das hier? Ah ja. Da steht zwar Küste, aber egal. Was können wir mit der Haarnadel hier irgendwie... ...die Tür knacken? Nein, natürlich nicht. Warum auch mit einer Haarnadel Tür knacken? Wäre ja total unrealistisch. Wasserpumpen ging auch aus irgendeinem Grund nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ich brauche im Moment noch kein Wasser. Ich brauche noch kein Wasser. Hier, doch. Kannst du nicht da... Nee. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Dann nimm eine Haarnadel und mach sie auf. Verdammte Scheiße. Mann, ey. Tja, ich weiß nicht so recht, wie ich weitermachen soll. Ich werde mal gucken. Ich glaube, zu diesem Spiel gibt es gar keine richtigen Komplettlösungen. Das heißt, ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Deshalb werde ich mal... ...ähm... ...so... ...offscreen ein bisschen rumprobieren, glaube ich. Und melde mich in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet mehr Freude als ich bei diesem Spiel. Und bis zum nächsten Mal bei Captain Morgan in The Golden Turtle. Bis dann. Macht's gut. Tschüsschen.